Und ich beobachte sogar, je mehr die Gesellschaft verfällt, je älter sie wird, desto mehr muss die Jugendlichkeit hervorgehoben werden. Das ist alles irgendwie schick, trendy, hip und dieser ganze schönheitschirurgische Wahnsinn. Die Frauen rennen scharenweise in die Schönheitschirurgie, wie man ja heute sagt, in die Änderungsfleischerei. Dann sitzen sie dort beim Beauty-Metzger und sagen, hier, halbes Pfund Brust. Oder lassen sich noch irgendeinen Flansch an die Rosette klöppeln. Mal gucken, wo Platz ist. Hier, schicke Zierleiste, klar. Wird schon halten, dritte Tüte auf dem Rücken, haha. Dazu sage ich, nein, denn der Körper hat es so gewollt. Quatsch. Der Körper muss es machen. Der Schöpfer hat es gewollt. Bin schon ganz konfuz. Auch ich verfalle. Das ist so im Alter, das setzt alles aus. Man wird so, da kann man, ich merke es genau. Also ich bin jetzt in dem Alter, ich bin jetzt 22. Und ich spüre, der Körper will runter. Spüre, wie er mich magisch anzieht. Der Humus. Wenn ich mal so spazieren gehe im Wald, dann höre ich ihn schon, wie er mich ruft. Olaf. Olaf. Wie er mich schon duzt. Na und? Da kann man nichts machen. Im Alter gibt es dann so eben Zersetzungen, Ausfall. Es gibt Ausfallerscheinungen. Hier ist es schwer zu erkennen. Von oben sieht man es vielleicht. Hier, vor paar Tagen, ein wichtiges Deckhaar weggebrochen. Das ist nicht mehr kein Schabel. Aber, na und? Was fiegt es mich an? Tja, mich ans nichts fiegt. Fiegt es. Fiegt es. Also, ich will überhaupt nicht jünger aussehen als andere Jugendliche. Denn ich habe erhebliche Zweifel, dass die Jugend von heute in der Lage ist, die anstehenden Probleme zu lösen. Gerade die Jugendlichen bei uns aus Sachsen, die haben ja oft noch weniger Haare als ich. Die gibt es viele, die haben früher zu viel rechtsdrehenden Joghurt gekriegt. Der Nationalbolschewik. Also, sind wir auch schon mal in Kontakt geraten. Da gab es eine Podiumsdiskussion. Da war ein rechter Jugendlicher und ein Linker. Der Rechte war so groß, sag ich mal. Also, war nicht sehr groß. Eher so ein bisschen untersetzt. Also, ein bisschen breiter dafür. Also, vermutlich im Tunnel groß geworden. Und sehr kräftig aber. Also, der hatte diese Bizepse. Überall. Der war völlig verbizepst. Das war, das war ein Komplettzeps. Also kräftig, also wirklich medizinisch gesehen rund. Mein Vater hätte gesagt, eine Tablette. Während ich ja eher zum Zäpfchen tendiere. Ja, wie gesagt, sehr kräftig, aber im Geiste schlicht. Erkenntnisresistent. Also, hier oben war wirklich Flachdach unbegrünt. Tundraperm und Dauerfrost. Wie sagt man so schön? Ja, zwei Gehirnzellen. Klingt ja erstmal viel. Aber die wussten nichts voneinander, ne? Das war so irgendwie. Naja. Ja.